Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Life is Strange Before a Storm. Wir haben ja in der letzten Folge eine Tasche von Rachel bekommen. Wir können hier wieder ein bisschen Graffiti malen. Mit der Up-Truggle können wir noch aufhängen. Hm, was haben wir sonst hier noch vielleicht? Das Radio könnten wir auch schalten. Hm, das wollen wir ein bisschen einrichten. Hm, ja, öffnen wir mal den Rucksack, oder besser gesagt die Tasche. Okay, schon mal ein paar neue Klamotten. Hm, nothing like an abandoned Shaft in the middle of a junkyard, to make a girl feel like exploring a new wardrobe. Tja. Hm, okay. Okay, nur zwei. Tja, nehmen wir mal das hier. Ich glaube, ich sollte es passieren. Hm, ja. Wir haben eine neue Nachricht von Frank. Das ist die Frau, wir sahen mit Rachel's dad. Ja. Yo, Frank. Es ist Chloe. Ich weiß nicht die selten Passwort, Mann. Ist die Passwort... ...drugs? Christ! Get your ass in here. Dude! It smells like piss in here. Shut up. You have a rough night or something? Every night's a rough night. Okay. I've got a notebook in the back somewhere. Go get it for me, would you? Who was that? Well, ah! Fuck! Ow! Cat! Jeans, Mann! Get my notebook, Price. Then we'll talk. Oh, okay. Now I'm fetching kids for Frank. Oh, okay. Sooo, merkwürdig. Ich weiß nicht, was Frank von uns will. Sooo, merkwürdig. Ich weiß nicht, was Frank von uns will. Oh, wie geht's mit dir? We can't see any serious injuries yet, but that could change at any second. How about civilians and all that? Are we gonna have to prepare to evacuate the next few days? Sooo, das ist gemeint hier hinten sollte irgendwo das nur... ...ja, notizbuch liegen. Okay, ich dachte mir noch ein Buch. Don't even fucking think about it. Damn. Tch. Hey there. It's okay little guy. Oh shit. Pompadou, get up here. Pompadou? The little killer. Tja, da war Pompadou schon immer noch klein. Hm. Okay, schon mal haben wir da das Buch. Ist das, was ich denke, ist? Ich bin glücklich, dass ich das bezahlt habe. Hm. Tja, wir haben ja bezahlt. Schon von einer Ewigkeit. Ich bin glücklich, was Frank möchte zu diskutieren. Na ja, geben wir mal das Notizbuch. Ist das es? Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Er hat viel Geld in der Nacht verloren. Wie geht es mit dir? Hast du etwas in das Feuer verloren? Nein. Aber ich werde wahrscheinlich in den ganzen Schein, was Damon ist mit jetzt. Lassenzulein, er hat ein paar Sachen, die ich nicht mag. Aber ich glaube, ich habe nicht viel Leverage mit ihm, wie ich wollte. Ich habe ein kleines Job für dich. Öffne meine Notebook. Die letzte Seite. Es sollte ein paar Entrenungen für ein Kind namens Drew. Du kennst ihn? Drew North? Ja, er ist... Holy shit! Das ist viel Geld. Drew läuft Oxy für Damon. Wahrscheinlich, die Fußballspieler essen wie Kandy. Das ist smart, ich glaube. Ja. Es betrifft gut. Es betrifft gut. Es geht, Bigfoots. Problem ist, Drew owes ein grand, und er ist nicht auf meine Begriffe. Du kennst das mit ihnen? Nein. Ich habe ihn nicht mit ihm gesprochen. Oder von ihm. Nein. Ich habe ihn nicht mit ihm gesprochen. Oder von ihm. Oder von ihm. Ich habe ihn mit 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 ihm. Ja. Natürlich. Aber... was ist für mich? Ich habe ihn mit ihm. Ich werde dir einen 10% von Geld. Okay. Ja. Natürlich. Ich werde es machen. Was ist das? Ja. Ich habe ihn mit ihm. Ich habe ihn mit ihm. Ich habe ihn mit ihm. Es ist nicht geschehen. Es ist nicht geschehen. Es ist noch einfacher für Sie zu gehen auf dem Ausland, einem von mir. Wenn Sie es nicht tun können, das ist. 100 Dollar zu gehen. mit ein wenig Geld und der Truck fix. Rachel und ich können wirklich das machen. Wir können für gut gehen. Ich werde das machen. Ein guter Deal. I didn't think I'd be back this soon. Tja, da wären wir wieder bei den Leuten von Blackwell. Oder besser gesagt, bei den Wohnheim. Und da Step, mal wieder. Ich habe gesagt, dass Welles rausgebracht hat. Das Text war eine rare Courtesie. Ich bin normalerweise nicht involviert. Ich bin normalerweise bei anderen Menschen schuldig. Tricks auf dich. Ich bin der Grund, weil ich die ultimale Verlust verletzte bin. Skippen mit Rachel, Amber hat eine Anwendung. Ja. Ja. Also, was machst du hier? Ich bin einfach etwas von jemandem. Es ist für ein Freund. Jetzt bin ich wirklich interessiert. Was machst du? Was ist all diese... ...stuff? Ich präte für den Tempest Show heute Nacht. Ich bin die Stadgemanagerin. Oh, right. Ich denke, ich wusste das. Honestly, die Show ist wirklich gut. Es ist wert, zu sehen. Ich bin sicher, es ist. Ich bin Angst, die Viktoria kommen in jetzt und versuchen, alle scene zu holen. Aber die Stadgeberin ist fantastisch. Du kriegst eine völlig andere Seite von allen. Especially die Leute. Okay. Okay. Now you just unconvinced me. Why am I not surprised? Yeah. Well. Good luck with all of that. Maybe I'll see you later. Hey. I wanted to ask you something. Shoot. I've been planning to make a move on Rachel, but not if you two were together. Make a move? So, are you? Uh. Uh. I mean, that's Rachel's business. Or maybe yours and Rachel's business. But if you feel comfortable telling me. I'm. Uh. I don't know. It's. 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 Confusing. Hm. Yeah. I can imagine. You ever want to talk to me, Chloe? You know you can, right? I'll see you later, Steph. Have fun storming the castle. So. So. I'll go back to Monheim. No. We know someone with the key. What? You're here for someone. A special someone, yes? What do you think of, uh, Rachel Amber? Rachel Amber is a dragon made of diamonds. That's, uh, deep. Do you just make this shit up on the fly? Or do you, like, write it down beforehand? Are you angry all the time because you like the way it feels? Or is it merely a desperate defense against experiencing true intimacy with others? So, uh, what about Elliot Hampton? Have you seen him recently? I only see what Elliot wants me to see. Okay. Usually I can see both what people want me to see and what they want to keep hidden. What do I want people to see? Someone strong and fierce who does what she wants and doesn't care what others think. I don't care what others think. Of course you do. It's okay not to be okay, Chloe Price. I'm, uh, looking for Drew North. Most look at Drew North and see only the athlete. But he is more than that. He is? A great heart he has. With much love and no room for fear. I've always thought he was kind of a bully. He may be that, too. No one is just one thing. I've gotta go, man. Uh, heh. It's been real. I often wonder what real is. Farewell, Chloe Price. Bingo. If only those keys were unsupervised. What's Samuel working on? Uh, the sprinklers? Tim. Okay. The sprinkleranlage. If Samuel is working on the sprinklers. Some damage here might get his attention. But Evan is right there. Okay. Sprech me doch mal mit Evan. Shh. What are you doing here? Aren't you supposed to be at home thinking over your endless list of questionable decisions? Dude. Why do you care about my questionable decisions? It offends me when intelligence is wasted. Did Evan just call me intelligent? Damn straight. Wow. Evan looks really ridiculous. Hey, uh, Evan. As intelligent as you look right now. You can still see that bird from where I'm standing. I appreciate your concern, but I want to get this shot exactly right. And I've learned something about myself recently. I've learned that if I'm passionate about something, it's probably the right thing to care about. For example, I've been trying to get the students and administration interested in forest fire prevention. That is kind of an odd topic to focus on. People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can live comfortable, unworried, and ultimately meaningless lives. You see what happened? Evan, you're pretty stuck up. Did you know that? It's fine. The first sign of greatness is people disliking you. Anyway, you're not supposed to be here. You should leave. Hmm. Okay. Okay. Okay, we can usually scare the fox here. Hey! Shit! I wanted you to go the other way, like as far as possible the other way okay so weit wie möglich Time for a fresh start Here we go No, still not quite Tja, then we can... ...the springer... ...a bit sabotage Come on Awesome Now I just have to wait for Samuel to turn on the... That works Tja, ganz unauffällig Allerdings, bevor wir... ...letztens die Schlüssel holen, werde ich den Part an dieser Stelle beenden lassen Wie immer eine Bewertung da, ich würde mich darüber freuen, wenn ihr nichts zu verfassen wollt, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen Und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge von Life is Strange Before Storm wieder Ciao